Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema angepasste Unterstützung. Mein Name ist Helga Fabianitz. Ich bin Ergotherapeutin und unter anderem auch externe Lehrende an der Fachhochschule Wiener Neustadt. Die richtige Unterstützung beginnt bereits bei der Positionierung für das Essen in einem Sessel. Wenn möglich, sollte die Person von einem Rollstuhl immer auf eine andere Sitzgelegenheit transferiert werden. Wenn das zu beschwerlich ist, dann ist es besonders wichtig, dass der Rollstuhl optimal für diese Person angepasst ist. Grüß Gott, Frau Meier. Es gibt jetzt Mittagessen. Jetzt werden wir sie ja mal gut hinsetzen, damit sie essen können. Wichtig ist es, dass die Füße Bodenkontakt haben. Genau, der zweite kommt auch noch runter. Wenn jemand sehr lange in einem Rollstuhl sitzt, dann passiert das sehr leicht, dass man nach vorne rutscht auf der Sitzfläche. Frau Meier, bitte rutschen Sie noch ein bisschen nach hinten. Genau, genau. Wenn es jetzt schwierig ist, den Oberkörper ein bisschen nach vorzubringen, was für das Essen auch wichtig ist, dann kann man das sehr leicht dadurch unterstützen, dass man zum Beispiel ein Badetuch über die Rückenlehne drüber gibt. Genau. Geht so? Ja, sehr angenehm. Um eine aufrechte Sitzposition noch mehr zu unterstützen, kann man auch die zweite Hand, die für das Essen nicht unbedingt verwendet wird, auf den Tisch positionieren und vielleicht auch quasi an den Teller legen. Das gibt dann noch einen zusätzlichen taktilen Input für das Essen. Unterstützend für das selbstständige Essen sind auch geordnete Abläufe. So sollte zum Beispiel ein Gang nach dem anderen serviert werden. Hilfreich sind Rituale oder Gewohnheiten von früher, die in den Ablauf übernommen werden. Zum Beispiel das Glas Bier zum Essen oder wenn es jemand gewohnt war, ein Tischgebet vor dem Essen zu sprechen. Man kann aber auch neue Routinen implementieren. Regelmäßige Abläufe geben einfach viel Sicherheit. Wichtig ist es auch, dass das Essen so vorbereitet ist, wie es den Fähigkeiten der Person entspricht. Das heißt, wenn jemand nicht mehr mit Messer und Gabel essen kann, dass es vorgeschnitten wird. Und es bewährt sich eher kleinere Portionen anzubieten, weil diese eher gegessen werden. Wenn es jetzt um die konkrete Unterstützung für das Essen selber geht, da gibt es sehr, sehr viele Abstufungen. Eine minimale Unterstützung kann sein, dass man einfach gemeinsam isst. Dass ich mich dazu setze zum Tisch und ich bin sozusagen ein Beispiel und fungiere als Vorbild und die Person mit Demenz kann mich ein bisschen nachahmen. Wenn das nicht mehr ausreicht, dann kann man immer wieder verbale Anleitungen dazugeben. Zum Beispiel, indem man mit einem deutlichen Mahlzeit oder guten Appetit das Essen irgendwie initiiert oder während dem Essen immer wieder nachfragt. Zum Beispiel, haben Sie die Suppe schon gekostet? Die schmeckt heute ein bisschen salzig. Oder der Apfelstrudel, der riecht aber wirklich gut. Um so immer wieder zum Essen zurückzuführen. Dann kann man zum Beispiel auch mit ganz einfachen, vertrauten Gesten jemanden unterstützen. Das bewährt sich beim Trinken, indem man sich einfach zu prostet. Zum Wohl. Und das regt dann einfach zum Trinken an. Wenn jetzt noch mehr Unterstützung notwendig ist, dann kann es sein, dass ich auch wieder einen taktilen Impuls setzen muss. Und das kann ich machen, indem ich der Person das Besteck in die Hand lege. Und durch diesen Reiz kann es sein, dass dieser automatisierte Ablauf des Essens in Gang gesetzt wird. Wenn das aber auch nicht genügt und die Person nicht beginnt zu essen, dann kann ich sie führen. Das heißt, ich nehme sie am Ellbogen, Frau Meier, jetzt werde ich Ihnen ein bisschen helfen beim Essen. Ich nehme sie am Ellbogen und vorne an der Hand und begleite die Bewegung und führe sie. Und es kann sein, dass das nur ein paar Mal notwendig ist und dass dann die Frau Meier selber weiter essen kann. Das könnte zum Beispiel auch hilfreich sein, wenn das Essen eingegeben werden muss, dass man zum Teil einfach auch bei dieser Essenseingabe dieses Führen einsetzt. whatnot. Nun, ich habe die Ausatmung vor. Ich habe den Ausatmung vor, ich weiß nicht, dass das alles zu tun haben und dann kann ich einen Entzug auf die Siegenden Führen einsetzen. Ich habe die Ausatmung vor, ich habe den Ausatmung vor.